Scheiße! Fuck! Alles klar, du brauchst es richtig hart, du kleinen Schlampe! Du willst es richtig hart, oder? Oder? Kannst du haben, gleich hier! Hey! Du Weltkreisträger an der Fritteuse, doch nicht mehr Abiturienten! Aber verarschen lasse ich mich nicht von dir! Es wird von deinem nächsten Lohn abgezogen. Und die Beförderung, die kannst du auch vermissen. Soll ich Ihnen mal zeigen, wie mutwillige Zerstörung wirklich aussieht? Ich drehe Ihren Knackarsch eigenhändig durch den Fleischwort und mache eine Lage Super-Cordlets aus ihm! Ich fange! Ich fange! Ich fange! Ich fange! Was ist das? Was ist das?